moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute möchte ich euch zeigen wie ihr die herausforderung lösen könnt bei der ihr bei der buchtenbude eine waffe angeln müsst und zwar ist das hier diese location markiere ich euch mal auf der karte so leute genau hier auf dieser insel nimmt einfach eine angel und ihr braucht auch kein angelspot sondern könnt einfach so ins leere angeln und wenn ihr dann glück habt kriegt ihr das direkt ansonsten müsst ihr ein bisschen warten ja jawohl wie ihr seht ich habe direkt eine waffe bekommen und die herausforderung ist abgeschlossen leute ja das war es auch mit dem video falls euch das video gefallen hat schreibt mir die kommentare lasst ein like da leute und für all die die noch kein abo da gelassen haben können das gerne an dieser stelle ändern ansonsten sag ich mal ciao und bis zum nächsten mal